Musik Ich bin sowieso kein Freund von diesem ganzen asymmetrischem Müll Ich hab B übernommen Ah nein 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 Ja Musik 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 bei c warten drei leute nein er holt mich noch ich hab so veräumt sie hängen zu 5 bei b sie hängen zu 5 bei b ich denke mal die gehen jetzt zu a wir sind jetzt bei c kommen jetzt gleich rüber alle ziel objekte gesichert weiter so leute sie zerstören ja ich komme ganz ehrlich wie kann man ohne skill die ganze zeit machen versuch es doch mal bei a ist einer nein bei c war gerade ein nicht ja ich wollte es nicht nur gesagt haben bei a war gerade auch noch eine aber die mates haben die geholt ich hab bei m egal was das Nein, ich hab bei Alpha verehnt. Ich kenne ein A. Achtung, der ist da oben bei der Tür bei B. Zwei Seiten. Ich will einen Scheißdreck machen. 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 Nein, ich hab verzogen. Nein, ich hab wieder veraimt. Alter. Weil ich mal wieder vergessen hab, die Brille aufzusetzen. Ich zieh in der nächsten Runde meine Brille auf. Ey, das kann doch nicht sein. Ey, da sind direkt drei vom B aus zurückgekommen. Ja, ist es auch. Merkst du ja alleine schon, weil da zwei bis drei Leute immer wieder zusammenhängen. Ja, irgendeine kleine Gruppe ist da. Die waren bei wem, Haul? Die gehen wir auf Keks bei denen. Verbündete aerosol-Bomben unterwegs. Leider Quali eingenommen. Ich lade nach. Der Feind hat einen Marsch. Sehr feine Granate. Ich bin hinter dir. Drei-Fach-Kill. Nein. Den hab ich aber. Den hab ich auch. Oh, da kommt er. Nein, ich hab veräumt. Hat er überhaupt geholt? Drei-Fach. Drei-Fach. Wenn wir raus dürfen, wir raus bleiben. Mein Team. Das ist unser-Fach geht, die Team zusammen. Ich hab was abgekriegt. Ich hab was abgekriegt. Hab ich gehört. Bei A haben wir einen weggeholt. Ja, zu Hause. Ich war sogar wieder Ja, ja, sieht mich trotz des Qualms Das sind zwei Mann bei B Das sind zwei Mann bei OpenB BAMS, trotzdem hab ich dich geholt Höhöh, Opfer Hey, im Grunde Wir haben mal kurze Pause Nee, geh mal eben auf Toilette Ja Der Sieg hat sich auch schon wieder verabschiedet Hey, 30, 22 ist okay Wenn man die Gegner bedenkt Und Vanilla ist auch in zweistelligem Bereich Okay, alles mögliche Hauptwöl Du hast auch am Tag einfach zu viel Freizeit Freizeit Ohne Witz, ne, Vanilla, seine Frau kümmert sich um alles Um Kids, ne, um Haushalt und Co, ne, wenn er hier den ganzen Tag hängt, zockt und pennt Ich geh noch arbeiten zwischendurch Du bist doch gerade aktuell krankgeschrieben Was für Arbeiten Was für Arbeiten Ja, okay Mal wieder Granate Ja, endlich auch noch wieder recht Du bist doch gefühlt jedes zweite Wochenende krank So auf rechts, ich war gerade eben einer Und links in der Ecke hängt da auch einer Oh, das passt, ne Ja, na, da ist ein Überschirm, ne Ich bin bei dir Oh, hallo, Sniper Nein, und dann spawnen sie Ja, aber ohne Gummi Ich bin schwanger Sniper, Sniper, ist tot Oh, da liegt das Röhrung Das ist meine Waffe Alter Okay, wir hätten vielleicht doch irgendwelchen nehmen sollen granate ist raus scharfschütze ausgeschaltet ab den penner ausgeschaltet das ist ein sniper Das geht vor mir. Dann komme ich statt verzweifelt nach Detenersucht Nein da ist noch einer sie lieben mich aber so hart nach oben drin wieder mal Wechsel Magazin Achtung wir haben Spawnflip, wir haben einen gerade ein Turn-on gegeben Das ist nicht normal was gerade passiert dass ich Gegner suchen muss Ich hab zwei Markers gewinnt ACH KOMM! Ach da ohne Hörder war die ganze Zeit Wie viel muss ich dem denn rein pumpen? Wechsel Magazin! Nimm dich mit mein Freund ich nimm dich mit BAM! Ach die lieben sich wieder da hinten Die hängen hier in den Seiten ne? Mh Der Schenk begegnet sich auf allen mehr Mit dem Raketenwerfer Ach ja Ach komm Oh mein Geht mal rein Geht mal rein Die hälfte der Missionszeit ist vorbei Haltet die Führung Sag Gegner du gammelst die ganze Zeit von unserem Spawn 100 und der zweite Spawnflip Hopp! Alli! Ah die wärs natürlich Naja das ist schon wieder am Ziel Also zwei oder drei gegen jeden Fall immer zusammen hab ich fast gesehen Wechsel Magazin! Na das wusste ich Er hängt direkt auf dem Dach ne? Na ja ich hab's gesehen gerade Ich hab kurz mit geholl hatten dann bin ich gestorben Pass auf da kommt einer Rechts Ach links hoch Kaffee Ja die schnappen Ey wie sie sich echt in der hinter letzten Ecke verschancen ne? ja weil deren waffen noch viel höher gelettet sind als deine deswegen und die spiel meter spielen raketenwerfer da kommen noch dabei die spielen ich hab schon wieder vergessen dass da oben auf diesem scheiss dach einhalten ich hab nicht einfach nur noch granatendach rein gucken fällt mir nur ein granatwerfer die kämpfen ihren arsch ab ja wie gesagt die granatenwerfer ich hab die ich hab beide auf den dach auf drei auf dem dach magazin wechseln verbündete aufklärung in der luft ja da war dann noch einer dann gedaufe sporen die spawnen halt in scharen neben mir der guckt schon ich bin nicht mehr ansatzweise bei dir ich nicht dann ist das vanilla ich renne jetzt um mich granate ist raus magazin es bleibt noch 30 sekunden das ist doch ein einziges koordiniertes team ich sehe nie jemanden alleine ah so ist es ok ich werde beschossen ach Achtung bei der eine drückliche am anfang hat man für mine hingeworfen noch 10 sekunden ich will auch einen verdammt so lächerlich ach win fickt euch ihr camper fickt euch fickt euch tut dann den nippeln so gut weißt du das ach du ich hatte gerade keine Wunscher immer nie was hören wenn ich auf jeden wer vorhin im Konradwerfer hat von C17 hab ich gut rasiert ja hier ey der beste aus unserem team ich hab voll platt gemacht ey sogar beste Runde ey mit den meisten Kills ich bin aber erster ist mir scheißegal voila ich habe gezeigt was still ist wenn du voll auf Fressi bekommen hast ich kann dich frei ich kann dich frei ich kann dich frei wenn du vollen mit dem mit dem